Hey Leute, mein Name ist Elixan und mit dabei ist heute die Karta. Hallo! Und heute spielen wir eine Runde Heidensink und Leute, ihr seht schon, wir spielen ein Emoji-Heidensink. Das ist so cool und es sieht richtig krass aus. Also schaut euch mal hier die Wände an, vor allem das ganze Haus bzw. die ganze Map, dass es so nein ist. Und wir können das natürlich wieder verwandeln ins kleine Würmchen. Ja, guck mal, ich bin ein Würmchen, ein Emoji-Würmchen mit einem kleinen Gesicht. Ja, stimmt. Obwohl, denkst du es ist schwer, ich weiß es nicht. Das einzige Gute ist halt der Schatten. Verhält Sachen sich über den Schatten. Stimmt. Okay, ich bin echt sehr gespannt. Ich stelle natürlich wie immer den Timer, wer am längsten sucht bzw. wer sich am längsten versteckt hat. Und Karta, wer soll denn anfangen zu suchen? Ich suche. Du suchst? Okay, dann bekommst du das Schwert. Essen hast du auch, hoffe ich mal. Ich werde zum kleinen Würmchen. Zack und so. Hi Karta, ich bin versteckt gleich. Tschüss. Tschüss. Und Leute, wir kennen beide die Map nicht wirklich so gut. Es ist hauptsächlich dieses Haus hier hinten so noch ein paar Bäume. Das ist doch eigentlich recht groß. Ja, da drin gibt es auch noch ein paar Räume. Und ich glaube, man kann... Okay. Ja, ja, ich sehe hier schon krasse Sachen. Obwohl, ne Moment mal, man kommt gleich aufs Dach rauf. Nein, man kommt nicht aufs Dach. Nein, 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 nein. Ja, das ist eigentlich so schwer. Ja, du sagst du jetzt Karta. Stimmt. Na lieber ruhig. Okay, warte mal. Wo verstecke ich mich denn heute? Ja, was ist denn gut? Ich glaube hier. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht hier. So, warte mal. Okay, ich verstecke mich hier. Okay, Karta, du kannst mich suchen. Perfekt? Ja. Hammer. Der Timer ist gestartet. Okay, versteckt oder nicht? Ich komme aus. Ja. Ich bin sehr gut versteckt. Bin ich sehr gut versteckt? Warte, ich muss kurz umziehen. So. Oh nein, nein, nein. Ich glaube, mein versteck ist nicht so gut wie ich dachte, Karta. Echt? Ja. Nein, was? Das war so schnell. Das waren 20 Sekunden, Karta. Was war das denn für eine krasse Runde? Ja. Oh, what? Okay, ich bin mal gespannt. Sehr. Vielen Dank. Okay, Karta, du bist jetzt das kleine Blümchen. Hallo. Oh, guck mal, du hast so ein Herz auf dem Kopf. Bleib mal stehen. Echt? Siehst du das? Du hast oben auf dem Kopf. Ist das überhaupt oben? Wo ist dein Gesicht hin? Oh, ich sehe es. Du hast ein Herz oben. Guck mal, wie süß ich bin. Das ist echt süß. Okay, Karta, du versteckst dich? Nein, nein, ich gucke nicht. Ich bin an der Wand und du kannst dich jetzt in aller Ruhe verstecken. Schau dir mal die Map an. Also, ich habe keinen Weg aufs Dach gefunden oder auf diese Bäume. Ich glaube, das funktioniert nicht. Hm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gibt es echt nicht. Okay, ich starte. Jetzt den Timer. Ich bin gespannt. Ich finde, ich weiß nicht, es gibt doch bestimmt einen Weg da irgendwo aufs Dach hochzukommen, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht bist du auch auf dem Dach. Okay, Karta, wo bist du denn? Ich schaue erstmal. Oh, was ist das denn hier? Achso. Oh, was? Hier hinten kommen wir auch hin. Aber da bist du nicht, oder? Nein, 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 nein. Oh, das wäre echt. Doch, das wäre echt saugut hier das Versteck, glaube ich. Hier bist du auch nicht. Und die ganzen Emotions hier, das sieht so cool aus. Hm. Das ist richtig cool. Siehst du mich, Karta? Hm. Wer weiß. Oh, oh. Okay, hier oben auf den Beugen bist du nicht, oder? Nein, nein, nein. Bist du hier? Hier bist du auch nicht. Okay, warte mal. Nein, nein, nein. Okay, ich komme jetzt mal ins Haus rein, Karta. Ich weiß, du bist im Haus. Und ich hab dich nicht. Schade. Warte, wo geht's hier hin? Achso. Oh, what? Okay, hier ist auch noch was. Okay, okay. Ich weiß, wo ich mich nächste Zone verstecke. Wo bist du, Karta? Ich suche schon eine Minute? Ja. Oh. Okay, warte mal. Ich beeile mich jetzt. Karta, ich finde dich jetzt. Mach das. Karta, piep mal. Piep. Bist du? Du bist in der oberen Etage, oder? Keine Ahnung. Wer weiß. Vielleicht bin ich auch draußen doch. Oh. Machst du mal. Hier kann man sich auch überall verstecken. Hier kann... Komm mal! Ich hab dich! Hallo! Oh Gott! Nein! Nein! Bleib stehen! Karta, bitte bleib stehen! Nein! Jetzt hältst du schon wieder weg! Karta, das ist unfair! Nein! Oder wo bist du? Anna! Ja! Nein, nein, nein! Oh Gott, wie weit ich dich puste! Du Würmchen! Das ist doch unfair! Wie? Karta, du darfst dich einfach... Oh Gott, oh Gott! Ja, ich hab das gesehen! Da kommst du nicht mehr raus! Oh! Wie fläbst du denn aus? Moment mal! Du lebst immer noch? Ja! Ach Mann! Du lebst ja immer noch weg! Ich brauche ein besseres Schwert für dich, glaube ich! Ich brauche ein besseres Schwert! Das kann ja nicht sein! So freches Blümchen! Oh! Ich hab dich ganz genau... Moment mal! Nein! Du lebst immer noch! Was ist denn? Karta, was machst du da? Ich finde es lustig! Das ist doch unfair! Du ergaunerst dir hier Zeit! So, hier kommst du nicht mehr raus, Karta! Hier kommst du nicht mehr raus! Wo bist du denn? Zeit? Jetzt! Endlich! Nach 2 Minuten 29! Was? Okay! Ich kenn deine Taktik, Karta! Ich kenn deine Taktik! Du rennst einfach so lang weg! Bis du 5 Minuten hast oder so! Ja! Ich hab deine Taktik durchschaut! Ich weiß, wie du spielst! So! Bitteschön! Ich spiel's auch so! Das kannst du mir glauben! So! Jetzt bin ich das Blöhmchen! Peace! Tschüss! Ich versteck mich jetzt! Mach das! Ja! Ich versteck mich so gut! Du wirst mich niemals finden! Da muss ich auch nicht wegrennen! Okay! Okay, Karta! Ich bin versteckt! Okay! Du wirst mich nicht finden! Niemals im Leben! Nie, nie, nie! Das und das! Wie funktioniert das? Das war als erstes! Ja, weil du hast 10 Sekunden gewartet! Ach, Mann! Das war die schnellste Runde, die wir jeweils hatten! Wie lange? Das waren 12 Sekunden! Krass! Karta, du! Wie hast du das geschafft? Weißt du? Das ist keine Übungssache! Okay, Leute! Alles nur Bioprodukte! Darf ich jetzt die Natur bedankbar zeigen! Hey, Leute! Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass Karta schummelt! Du bist eine Schummlerin! Weißt du das? Ja! Wie hast du das geschafft? In 12 Sekunden? Karta wird immer besser in Height in sie! Och, Mann, Mann! Was denn dein Lieblings-Emoji? Mein Lieblings-Emoji ist natürlich das Hund-Emoji! Ja! Karta! 5! Das ist richtig cute! 5! Und dein ist das Katzen-Emoji? Keine Ahnung! Eigentlich! Auch die? Ich finde gar nicht so viele Emojis! Außer mein Herz! Und diesen ... der so lächelt! Also, ich finde das Hund-Emoji ist das süßeste Emoji! Echt? Leute, ihr könnt mal euer Lieblings-Emoji in die Kommentare posten! Das würde mich echt interessieren! Schreibt einfach mal euer Lieblings-Emoji in die Kommentare! Es gibt auch diese Favoriten, ganz am Anfang! Und was dort auf dem ersten Blass ist, das ist wahrscheinlich das Lieblings-Emoji, leh ich mal von aus! Das ist gut! Ja, stimmt! Ich bin echt gespannt, Leute! Ich lese mir mal in die Kommentare, welche Lieblings-Emojis ihr habt! Ich bin perfekt! Okay, ich starte jetzt den Timer! Und du hast relativ lang gebraucht! Und diesmal werde ich dich richtig schnell finden! Also, ich liege jetzt so weit hinten! Das gibt's gar nicht! Okay, Kaja, du bist immer besser und besser in Heidenzyk! Ach, Mann! Du bist zu gut für mich! Du bist einfach zu gut! Ich weiß! Och, Mann! Okay! Hier bist du nicht! Okay, das ist schon mal abgehakt! So, dann schaue ich mal hier woanders nach! Okay, hier sieht's auch ganz gut aus! Ach, warum hatte ich denn letzte Runde so ein blödes Versteck eigentlich? Also, ich habe eigentlich gedacht, das wäre sehr gut! Aber wenn ich jetzt hier so rumlaufe, sehe ich ja 100 bessere Verstecke eigentlich! Hier sieht alles ganz gut aus! Aber so... Oh! Was war das denn? Hier! In 49 Sekunden! Du bist mir einfach in die Arme gelaufen! Oh, Mann! Ich wollte mir die ganze Zeit rumlaufen! Aha! Wollte eigentlich hinterher! So! Oha! Ja! Und du läufst mir einfach in die Arme rein! Ich habe dich nicht gesehen! Der hat besser... Oh, das war gut! Das war ein gutes Timing zum Glück! Sonst hätte ich dich vielleicht niemals gefunden! Ähm... Okay, Kaja, hier hast du das Schwert! Bitte schön! Und jetzt werde ich mich verstecken! Zack! Und diesmal wird das Versteck viel, viel besser sein! Tausendfach besser! Okay! Das wird das beste Versteck auf der ganzen Map sein! Okay! Da bin ich ja echt gespannt! Und du wirst mindestens fünf Minuten suchen! Mindestens? Ja! Mindestens! Oh! Ist das hier gut aus Versteck? Nein, 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 nein! Ich habe was besseres gefunden! Ich habe was besseres gefunden! Aber wo war das denn nochmal? Ah, das war hier vorne! Okay, okay! Das war hier! Okay! Ich bin gleich versteckt! Und... Du kannst mich suchen! Du wirst so lange nach mir suchen, Kata! So lange hast du noch nie gesucht! Okay! So! Mit der Runde gewinne ich dann hoffentlich die heutige Folge! Wenn du mich so nach 40 Minuten immer noch nicht gefunden hast! Naja! So Angeber! Das ist ein Rüstiger! Nö! Ich mach den Sieg! Ich bin kein Angeber! Was war das denn? Das waren 27 Sekunden! Kata! Ja! Wer es kann, der kann es nicht! Warum bist du so gut in deinem Sieg? Du hast doch heimlich geübt! Ja, ja! Du hast heimlich geübt! Du hast heimlich geübt! Ja, ja! Mein X-Ray-Auge! Ach Leute! Was ist denn heute los? Die Kata zieht nicht hier komplett den Sieg ab! Hihihi! Ach man! Das ist unfair! Weißt du das? Ja, ja! Du hast es schon! Nein, nein! Ich hab das verboten! Okay! Wir machen noch eine letzte Runde, würde ich sagen! Du versteckst dich nochmal! Und ich stell mich in die Wand! Und werde ich dann gleich suchen! Ja! Ähm! Du versteckst! Okay! Dann würdest du hier suchen! Hey! Wie lange habe ich eigentlich das letzte Mal gebraucht, um mich zu finden? Ach stimmt! Das ging relativ schnell! Du bist hier mit den Arme gelaufen! Und? Vielleicht passiert das jetzt wieder! Nein! Also ich schau immer schön hinter mich, Kata! Du kannst mich nicht verfolgen! Hi! Ha! Ach man! 17 Sekunden! Was war das denn? Doch wie gut! Okay Kata, wir machen doch mal eine Runde, wo du mich suchen musst! Schau! Das ist so cool mit dem Herzen! Ja! Sehr süß! Ach man! So schau mal bei dem Herzen oben! Ja ja! Oh! Wo könntest du denn sein? Ich gebe dir einen kleinen Tipp! Ich bin sehr sehr gut versteckt! Das ist ein super Tipp! Danke! Bitte bitte! Mach ich immer wieder gern! Ich bin so gut versteckt! Es ist sehr 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 gut wie ich hier versteckt bin! Was? Kann ich nicht rein? Doch doch! Nein! Was ist denn hier los? Na ach man! Okay sehr gut! Du hast ganz genau 2 Minuten 24 gebraucht! War echt ne gute Runde! Aber ich glaube... Hör auf! Hey! Hallo! Was ist das denn? Ich glaube insgesamt hast du gewonnen! Also ich glaube weil du mich sehr sehr schnell gefunden hast tatsächlich! Kann sein! Ich glaube du hast gewonnen! Sehr gut gemacht! So Leute! Das war's mit dem Video! Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo da! Schaut unbedingt bei den lieben Kater vorbei! Und wir sehen uns wie immer am Morgen wieder! Bis dahin! Tschüss! Bye! Bye! Like und Abonnieren, danke.